Ok, wir haben Susan Johnson, Gruppen und Alleine, Foto vom Geist, Crucifix haben wir jetzt nicht dabei und Geister event. Crucifix haben wir. Ok, Crucifix. Ja, hab ich eben reingetan. Ja, danke. Ciao. Ciao und Manu. Das Geister Event kann sein, einfach nur auftauchen oder? Genau, Geister Event ist, wenn er auftaucht, wenn er einen anhaucht oder so. Ok. Achso, den Schlüssel brauchen wir wahrscheinlich. Achso, hast du. Hab ich schon eingepackt. Achso. 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 Achso, ich mach mir jetzt erstmal einen Kaffee. Ich habe hier einen Knochen gefunden. Fotografier. 2 wird mir hier vorne an der Ecke gerade kurz angezeigt, aber jetzt nicht später. Ah, hier drin ist es. Hier drin ist es. Ja, hier drin habe ich 5 Grad. Soll ich hier eine Kamera aufstellen, oder? Ja, okay, ist wirklich nur der kleine Raum hier. Äh, ja. Ah, wir haben sogar ein Reacher-Board hier. Uh, das heißt, von dem kommt er. Er war nicht mit F aufstellen? Jetzt. Ja. Kann der Rauchmelder eigentlich auch losgehen? Nee, da kann ich losgehen. Ah, schade, da fällt es nicht gewesen. Wie alt bist du? Drecksgeist. Wie alt bist du? Ach, ja, das ist ein kleines Kind. Der ist 8. Was willst du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Willst du uns töten? Willst du uns töten? Willst du uns töten? nicht wo ist denn der ja anscheinend direkt hier ist gesunken auf jeden fall ich würde sagen wir gehen jetzt erstmal raus und gucken ob wir geist da war da war versteck dich irgendwie ok es geht wieder ok dann gucken wir jetzt erst noch nach dem geister orbs dann können wir noch ein bisschen anders zurückholen hast du die kamera mitgenommen? bin tot Soll ich fahren? Ich erinnere mich nicht so aus, deswegen. Ich sehe, wie es funktioniert. Das funktioniert. Das ist so. Es gibt ja noch einen Schlüssel. Geht nicht zu. Aha. Ich glaube, ich kann das... Ja, ich glaube, ich kann aber nicht das Spiel alleine durchspielen, wenn ein Cheddar jetzt tot ist. Ey, Marvin, willst du mitspielen? Foto von ihr mache ich noch vorher, bevor ich jetzt war. Ja, okay, mache ich Foto. Für Versicherung. Das reicht auch. Okay, schade. Niemals im Raum vom Welser stecken. Ja, okay. Ey, ist das Energy? Ach, ne, ist keine Energy, schade. Ja, dann fahr ich. Wir haben zumindest eine Aufgabe erfüllt. Okay, ja, wir hatten ja gerade die Tür zugemacht. Ja, das ist eine Mögel. Wir können gut gehen. Okay. Okay.